Hallo, ich bin Marcel, Trainer bei Swisscom Academy. Hier bin ich, meine Wohnung ist der Toben. Es macht keinen Sinn, dass der Toben Strom verbraucht wird. Stichwort 2000 Watt Gesellschaft. Das Licht wäre ja noch eins, aber all deine Standby Geräte, TV, TV-Box, Musikanlage, die verbrauchen alle jetzt gerade Strom. Schauen wir es gleich an, z.B. in meinem Wohnzimmer. Oh, das ist nicht wenig. Mit einem Tipp ist alles abgestellt. Jetzt nimmt es sich natürlich Wunder, was es für das braucht. Zum einen braucht ihr eine Internetbox von Swisscom. Es geht mit allen, ausser der Internetbox Lite. Zum anderen braucht ihr eine Mainstrom-WiFi-Switch. An dem hängen alle Geräte, die ihr nur braucht, wenn ihr zuhause seid. Diese könnt ihr alle auf einmal ausschalten. Entweder in der App, wie ich es vorher gemacht habe. Ausschalten und einschalten. Oder mit dem Button, den ihr so einrichtet. Z.B. neben die Haustür machen und jedes Mal drücken, wenn ihr aus dem Haus geht. So einfach ist das. Und ja, wenn es irgendeinen Hof also wieder einmal ruft, dann brauche ich den Knopf manchmal auch. Immer zuhause. Nummer 2. 1. D." D." Vielen Dank.